Und dann wird durchschutiert. Das geht relativ zügig, aber nicht jetzt hier einfach. Versteht ihr nicht? Weil es ändert sich ja nichts. Das kriegt man die Leute nicht so mäßig gegeben. Ich sehe an, dass sie jetzt einen Abend erlebt. Ich mache Propose, Offenheit. Wenn sie dann in die Augen zu sehen, dass sie zwei Bilder liegen. Und dann ist auch die Schwarzhose in die Schärfe. Nein, gar nicht. Das war so perfekt an den Kollegen gewesen. Weil es ist einfach... ...und dann passt es, Ballerinas, schöne Frauenmode auf den schwarzen Seiten. Es ist einfach nur spektakuliert. Ritz am Porti und dann mit der Koordination. Dann zeige ich euch mal, was für euch auch wichtig ist. Wie integriere ich den Hintergrund mit dem Porti des Möllenfilmen? Es sieht dann immer so aus. Das Motto wird wohl abgeklatscht, weiß was und der Hintergrund wird schwarz. Ja, machen wir es. Du könntest doch... Schärfe zu ganz genau sitzen. Also meine Bitte immer, bei Offenheitbänden nicht den Schärffuchst in der Mitte und dann gedrückt halten rüber. Du müsstest ein bisschen aufpassen. Wenn er zu tief geht, rasiert er die Füße weg, der Frau. Ja, dann sind Amputationen angefangen, ja. Ja, das ist geil. Guck mal wieder auf Schicht so knapp. Ja, auf Schicht so knapp. Also, was wollen wir jetzt machen? Wir haben ja auch hier nicht so einen Schatten, oder? So die Schüter. Den hält er jetzt einfach auf. Aber jetzt hört er natürlich die Schüter. Das geht nur um die Darstellung der Unterschied. Ja? Okay? Kann ich weg, oder will noch jemand? Ich erkläre es euch gleich. Ich erkläre es euch gleich. Ich würde jetzt euch ein Objektiv wechseln, auf 24-70mm vorschlagen, oder 85mm bis zum Beispiel. Ich gehe jetzt schon vorschlagen, ja. Für die Stuhl. Ja, aber normal noch relativ wenig zu viel. Es ist heiß, also. Ich denke mal, aus der Bahn. Jetzt sehen wir mal hier. Fetzlstufe. Ja, so 5-6-1. Belichtungszeichen. So. Ein bisschen zu sein. So. Du hast es schon. Du hast es schon drückt. Du hast es schon drückt. Oder passt mal auf, dann jetzt, wenn es zu hell geht, mal auf den Menschen. Und dann haben wir hier. So. So. Ja. Jetzt war es zu Punkt. Und jetzt guckt euch das mal an. Kommt mal grad zu mir her, dass wir diese Isolation durch das Dichten was. Seht ihr es? Ja? 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 Ja. Jetzt ist es schön frei gestellt. Vielleicht guckt jeder mal. Ja? Ja? So. Ich gebe das jetzt raus. Bitte. Eine Bitte an euch. Posing. Immer mit dir reden. Spann. Weil die kann ja nicht die ganze Luft. So. Ich bin nur zu. Nach einer halben Stunde tausend neues Motto. Das kriegt man so schnell. Nein. So schlechtes Motto kriegen wir. Heute lieber. Heute lieber. Ha! Hallo. Hallo. Das ist ja nicht gut. Jawoll, das ist ja nicht gut. Bitte, bis wir heute bleiben hier. Bitte, bitte. Ja, Arja sucht dich bis jetzt. Jappi! Jappi! War die alles gut? Ich schaue dich. Tanja darf hier sein. Tanja ist die Tasche, die Große, dein. Bleiben wir jetzt hier? Wir bleiben jetzt erstmal hier. Ich mache jetzt gleich die Heizung aus. Herzlich nacken. Ich lasse euch nicht.